Was für einen Bauernhof habt ihr denn? Lebt ihr alle am Hof? Seid ihr ein gutes Team? Habt ihr Platz für Gäste? Ist euer Bauernhof gut erreichbar? Ist es okay, dass fremde Leute bei euch wohnen? Was das für alle von euch? Wollt ihr den Hof umbauen? Was wird das kosten? Reden wir über Finanzierung. Wir sagen euch, wo es Förderungen gibt und wir informieren euch auch über die rechtlichen Aspekte. Und dann? Beim Hofcheck schauen sich unsere Beraterinnen an, was alles zu tun ist. Sie erklären euch die Kategorisierung. Was bedeutet denn das? Werden wir bewertet? Durch unser Blumensystem wissen die Gäste, was sie erwarten dürfen und was nicht. Euch Vermietern hilft die Kategorisierung, die Übersicht über eure Angebote zu bewahren. Als Mitglieder von Urlaub am Bauernhof seid ihr geschützt und die Gäste können sich auf unsere Marke verlassen. Und dann? Wir von Urlaub am Bauernhof unterstützen euch bei der Werbung. Wir helfen euch, eure individuellen Stärken zu finden und zu präsentieren. Laufende Qualitätskontrolle bringt euch voran. Und dann? Und dann wird es erst so richtig spannend. Das vielfältige Kursangebot vom LFI ermöglicht euch ständige Weiterbildung. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch spezialisieren. Bei Urlaub am Bauernhof gibt es Baby- und Kinderhöfe, Vitalhöfe, Winzerhöfe, Reiterhöfe. Das kriegen wir hin. Versprochen. Miteinander. Vielen Dank.